Hey Leute, willkommen zurück zu Curve Fever. Ich habe hier gerade so irgendwie so präzise, so ein bisschen Spaß, keine Ahnung. Das ist dasselbe Spiel wie das, was ihr schon in der letzten Folge Curve Fever gesehen habt und ich dachte, ich hänge jetzt einfach noch eine Folge hinten dran, weil in der letzten habe ich so ein bisschen rumgeraged, weil nicht alle so geklappt haben wie ihr soll. Und ich dachte, das kehren wir jetzt ein bisschen um und zeigen wir, dass das Spiel auch Spaß machen kann. Also ne, im Ernst, das ist ziemlich cool hier, weil das ist eine ziemliche Profi-Runde und es macht mir einfach Spaß mit Profis zu spielen. Weil dann fällt es nicht so auf, wenn man selber unfähig ist, weil man eh unfähiger ist als die anderen. Habe ich das jetzt irgendwie gut ausgedrückt? Ja, ich hoffe mal. Also Curve Fever, los geht's. Ich denke, die Farben haben sich nicht so viel verändert jetzt hier. Das war der erste Streich und der zweite Volk zugleich. Wie konnte bitte gerade Violett länger überleben als ich? Alter. Also, wir haben Weiß immer noch. Der ist derselbe Weiß aus der letzten Folge und der ist immer noch absolut übermächtig. Türkis wurde, glaube ich, ausgewechselt. Grün ist immer noch derselbe. Und ich stelle mich immer noch total bescheuert an, Alter. Okay, ganz langsam. Ich glaube, ich spiele erstmal auf der Zeit. Ich bin der Führer, Alter. Alter, das, meine lieben Freunde, war elegant. Ich bin, ich führe. Ich bin der Führer, Alter. Junge, Junge, Junge. Also, dieser Move gerade, dass das geklappt hat, da hätte ich aber viel dagegen gewettet. What? Okay. Das war zu vieles Gute. Ich hätte ein bisschen früh einlenken müssen, dann würde ich zwar sogar jetzt noch leben. Wow. Das war wirklich, wirklich krass gerade. Habt ihr das gesehen? Das war abgefahren. Wow, das war richtig knapp, Weiß. Das war ein Spielfehler von ihm. Der wollte das nicht so knapp machen. Das wäre beinahe schief gegangen. Okay, ich bin zwar gerade nur noch zweitplatziert, aber Alter. Alter, dieser Move gerade. WTF. War das ich, der da gespielt hat? Weil ich spiele normalerweise scheiße. Tja, Weiß. Nur du und ich. Wow. Da hatte ich aber auch mehr Glück als Verstand. Oh, der hat überlebt. Wird ihm aber nichts nützen. Alter. Jetzt stirbt doch endlich. Weißt du, ich hab's hier so super einfach. Und der kurft einfach. Okay, Leute. Ich will das als historischen Zeitpunkt hier mal festhalten. Ich führe gerade eine Mannschaft an von Leuten, die vom Level her unendlich viel höher sind als ich. Okay. Ich werde zwar jetzt gleich abkacken und so. Oh. Hübsch. Nein. Ich dachte, es reicht schon. Habe ich ihn so schön ausgekontert. Und verkackst dann beim Siegeszug. Na, immerhin. Weiß wird jetzt sterben. Ähm. Das heißt, ich bin momentan auf Platz 1 gleich platziert. Ah, Mann. Ich würde jetzt immer noch leben. Verdammt. Das ist so das Traurige. Wenn man sieht, wie man's verkackt hat. Und dann, äh. Wow. Alter. Der war gut, Junge. Also, weiß hat er es einfach unglaublich drauf. Der ist gerade... Das ist so ein Risiko, was der gerade eingegangen ist. Nur damit er jetzt hier... Boah, hart. Wirklich hart. Nicht semi-hart, sondern so richtig hart. Das ist eine der Sachen, die mir einfach am meisten Spaß machen. So, durch meine eigenen Linien und so hindurch. Und dann, äh. So. Okay. Ja. Oh, scheiße. Geil, ich führe schon wieder, Alter. Nein. Guckt euch nachher, wenn mir das Spiel vorbei ist, mal die Level der anderen an. Ich kann hier nicht einfach das Spiel anführen. Und sterbe als erster. So schaffe ich es jetzt. Halt. Oh, und der Dinger stirbt was jetzt weiter. Da verändert sich gerade überhaupt nichts dadurch, ne? Ah, doch. Hier, Türkis. Für Türkis ist das... Ah, Türkis stirbt das auch. Der einzige, der jetzt gerade wirklich nicht schlechter spielt als sonst in dieser Runde, ist Weiß. Oh. Scharf. Hat sich irgendwie nicht viel verändert am Level. Außer, dass Weiß jetzt hochgegangen ist. Ah, ich muss so aufpassen. Noch so eine verkackte Runde wie die hier gerade. Und ich brauche nicht mehr mehr versuchen, oben mitzuspielen. Okay, grün geht mir aus dem Weg. Ah, ein bisschen später das Ding und ich hätte es überlebt. Okay, also was man gerade jetzt hier sieht, ist durch Unfähigkeit meinerseits, schrinkt sich das Spielfeld immer mehr zusammen. Oh, wunderbar gespielt von Rosa. Beeindruckend. Äh, geht das Spielfeld gerade immer mehr zusammen. Ich habe das ja mal angeführt. Also, ich habe ja gesagt, historischer Moment und sowas. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt, weil es wird so vorerst nicht mehr passieren. Ähm, reicht das? Wow. Also, dieser Move hier gerade war auch krass. Krass knapp. Okay, wir versuchen den. Okay. Habe ich doch gerade noch gesehen, dass er mir meinen Dinger umgedreht hat. Oh, und wir haben gewonnen. Wow, 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 wow. Wow, oh Gott. Ups. Alter, das, das war so creepy gerade. Ich habe, ich habe nur vermutet, dass er mir wahrscheinlich meinen Dinger umdrehen wird. Und dann hat er das halt tatsächlich gemacht. Und ich habe dadurch den fetten Vorteil daraus gezogen. Okay, es leben nicht mehr viele. Ich versuche mal weiß irgendwie den Weg abzuschneiden. Okay, das war's für mich. Schade. Hm, ein bisschen länger überlebt und ich hätte auch noch einen Punkt mehr als weiß. Ich bin momentan führend zusammen mit Holly Stero. Das ist echt, das ist das, das ist das, 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 das ich nicht aufgenommen habe von heute Mittag. Aber das topf momentan fast alles. Weil das gerade so Knapp ist alles Ja Und dann mache ich eben wieder diese Dummheitsmoves Die ich nicht verstehe Warum bin ich da jetzt gerade nicht reingegangen Ich hätte das Risiko wagen müssen gegen Türkis Da wäre ich aber Da wäre ich auch nicht Oder ich hätte da unten durchgehen müssen Dann würde ich jetzt immer noch leben Ach man, warum mache ich mal nicht mal sowas Alter Weiß, ne Dieser Skillbolzen Jetzt bin ich auf einmal auf dem vierten Platz Durch meine eigene Unfähigkeit wieder Ich glaube jetzt hat es mich wieder eingeholt Jetzt ist hier wieder Dummheitsgate angesagt Jetzt geht es wieder darum, dass Okay, Weiß wird mir hier sowas von Ranfach Okay Das ist jetzt edel Dadurch, dass jetzt Weiß gestorben ist Kann ich länger leben Und ich habe noch nicht momentan noch nicht mal knappe Sachen hier Das ist jetzt Asi Ja Oh yeah Und ich bin wieder erstplatzierter, Leute Boah, das war aber auch wirklich gerade ein ziemliches Luckmatch Weil ich ähm Ziemliches Glück hatte Mit den Okay, ich spiele mal auf Zeit Ah, da konnte ich jetzt leider nichts besseres machen Ich musste dieses Einsammeln Und ich habe trotzdem gewonnen, Alter What? What? Junge, Junge Ich führe gerade Und das Spiel ist fast vorbei Wenn ich dieses Spiel hier gewinne Nein, ich kann das nicht gewinnen Das wäre Gegen alle Regeln der Natur Sag ich mal Wenn ich dieses Spiel jetzt hier gewinne Ups, da habe ich falsch geguckt Ja, siehst du Und schon ist Türkis wieder hier dran Boah, mach es doch nicht so knapp, Weiß, Alter Du hast mir gerade richtig Angst gemacht Ich bin noch momentan erstplatzierter mit Türkis Wenn ich jetzt als letzter sterbe Und Türkis früh genug Habe ich das Spiel gewonnen Aber ich glaube, soweit wird es nicht kommen Was war das? Was mache ich hier? Warum? Was habe ich gerade gemacht? Analysieren wir das mal Ich wollte eigentlich wenden Habe gemerkt, es geht nicht Ich wollte rausfahren Habe dann doch noch gewendet Ich wäre immer noch am Leben Türkis reicht es nicht Und ich bin zweitplatziert damit Weiß Wenn ich jetzt dumm spiele, war alles umsonst Weil dann sack ich so viele Level ab Warum? Warum? Was ist gerade passiert? Warum mache ich sowas? Lol 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 trifft es wirklich mal am meisten Es ist einfach Es hat sich nichts verändert Türkis ist sogar noch vor mir gestorben Was? Ich glaube das langsam nicht mehr Was hier gerade passiert Was? Nein Es hätte doch gereicht Alter dieses dumme Scheiß Item ey Das hat mir vorher diesen einen Punkt gebracht Und jetzt mich um alle gekostet Ey Ich hätte das noch gewonnen Ich hätte mir jetzt da oben wo Grün gerade fährt Das wäre mein Platz gewesen Und das hätte alles mir gehört Wenn Grün jetzt am meisten Punkte holt Dann können wir mit Sicherheit sagen Dass ich dieses Spiel gewonnen hätte Wow Aber es geht noch weiter Das Spiel ist noch nicht vorbei Ich habe noch die Möglichkeit Bis auf den zweitletzten Platz abzusacken Wenn ich nochmal so schlecht spiele Junge, Junge Bitte Skate Mach keinen Dünnschiss Spiel einmal richtig Ja okay Ich habe schon falsch gespielt Wow Das war knapp Was? Warum habe ich nicht gelenkt? Ja okay Weiß gewinnt Viertplatziert er wieder Ich hätte gewinnen können Leute Und ich habe es mal wieder Eigener Dummheit zuzuschreiben Dass ich es nicht geschafft habe Vierter Platz statt erster Platz Und deswegen nur eine einzige Runde Wäre dieses Item nicht gekommen Hätte ich mich da oben einfahren können Und hätte gewonnen Natürlich steige ich trotzdem auf Und wenn man die Level derer sieht Die über mir sind Das ist nicht vergleichbar Aber das Gefühl Dass ich es hätte schaffen können Und nicht geschafft habe Ist schon enttäuschend Schade Hat nicht sein sollen Noch eine Runde nehme ich jetzt hier drin Aber nicht auf Ich sage Dankeschön fürs Zusehen Das war Curve Fever Eine bis zum Schluss Spannende Runde In der ich dann zweimal versagt habe Ich glaube zwei Runden Ja genau Zweimal bin ich zu früh gestorben Weil ich einfach Manchmal ist da so eine Denkblockade In Curve Fever Da kannst du dich nicht entscheiden Und anstatt dass du einfach dann Eine Möglichkeit nimmst Und sicher überlebst Fährst du einfach nicht selbst rein Also das ist irgendwie Das sind so die Faceball Momente Die ich hasse Das ist der einzige Grund Warum ich das Spiel Manchmal nicht mag Weil man dann da sitzt Und so Was hast du gemacht Und genau so geht es mir jetzt gerade Weil ich hätte das Spiel gewinnen können Ja Einmal nicht aufgepasst Einmal beschissen Dumm gedacht Aber naja Ich übe ja noch Und wir haben auf jeden Fall Mit vierten Platz Gegen diese Mannschaft von Profis Ein schönes Match abgeliefert Auch wenn es hätte besser sein können Ich sage gleich fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Daumen hoch und ciao